So liebe Freunde, weiter geht's mit der Baureihe der E-Serie. Heute ist der E-75 dran, nur leider, leider, leider kann ich euch kein großartiges Inbox-Video machen, weil der ist schon fertig. Der Panzer war mit einer meiner ersten Panzer vor ungefähr 8 Jahren, wo ich mit dem Modellbau wieder angefangen habe. Ach nein, Quatsch, fast über 12 Jahre schon wieder. Ähm, und dementsprechend sind da noch ein paar kleine Fehler drin, wie zum Beispiel, man hätte ja hier auch noch die Auswurfmarken noch wegmachen können, die an den, ähm, an den Kettengliedern sind, etc., etc., pp. Ähm, allerdings habe ich mir damals schon ein bisschen Kopf gemacht, was man noch eventuell verändern könnte. Aber hier geht es jetzt darum, was euch erwartet, wenn ihr diesen Panzer kauft von der Firma Trumpeter, die doch den Panzer zusammen mit vielen anderen Panzern der E-Serie im Sortiment hatte. Dieser Panzer ist eigentlich fast baugleich mit dem E-50-Panzer, link setze ich euch unten rein, wo ihr dann schon mal ein bisschen, äh, die Qualität der Teile habt. Da hat sich nicht viel getan, also bis auf den Turm und auf zwei Laufräumen mehr und dadurch, dass hier die Panzerung vorne ein bisschen dicker ist, ist eigentlich alles dasselbe. Gut, fangen wir mal mit der Oberwanne an. Also, es sind alle Teile sehr sauber gespritzt worden. Äh, was ich gemacht habe, ich habe die Kette ersetzt und zwar habe ich hier eine Kette genommen von Hobbyboss, das ist eine Einzegliederkette gewesen und zwar vom Königstiger Spät, weil wir haben hier im Antriebsrad, haben wir dann hier schon die engeren Zähne für die Ketten, für die Ketten. Und der frühe Königstiger hat zum Beispiel hier eine und lässt immer eine aus. So haben wir dann die Führungsszähne ein bisschen weiter auseinander, aber eben hier kommt die späte Königstigerkette und da haben wir dann eben solche Kettenglieder wie hier. Die setzen wir dann eben zusammen, verkleben sie und dann warten wir ein bisschen, bis sich der Kleber eben da ein bisschen verarbeitet hat und dann können wir das wunderbar um das Fahrwerk herumlegen. Deswegen habe ich auch nochmal unten verlinkt, mein Video über Kettenmontage. So, ansonsten ging der Bau eigentlich relativ gut. Ich habe dann eben schon mal ein bisschen Dreck drauf gemacht. Das Einzige, was ich dann auch noch ein bisschen verändert habe, war hier vorne. Habe ich noch ein bisschen Struktur hier vorne drauf gemacht von einem Schweißbrenner. Ebenso auf der Seite und dann auch hier hinten, wo dann eben die Teile mit dem Schweißbrenner ausgeschnitten wurden und hier oben genauso, weil das eben im Bausatz nicht vorgesehen war. So, hier hätte ich zuspachteln müssen, habe ich natürlich nicht gemacht. Ist ja auch egal. Aber ansonsten sind hier Gitter mit dabei für die Lüftungen und ein paar kleinere PE-Teile sind auch noch mit dabei, die ich jetzt hier aber auf Anhieb nicht finden kann. Ansonsten ist das eigentlich ein grundsolider Bausatz eigentlich. Hier haben wir dann unseren Holzklotz für den Wagenheber und unseren Auspuff, den wir schon ein bisschen mit Rost behandelt haben etc. Damit es halt eben auch ein bisschen Struktur hat, weil ja eben bei so einem Auspuff sind ja natürlich eben durch Hitze und so weiter fängt das natürlich schneller an zu rosten. Hier hätte ich noch ein bisschen mehr Struktur drauf machen können, weil das ja eben ein bisschen Struktur habe ich schon drauf. Es ist natürlich im Standardbausatz ein bisschen zu glatt, weil das eben ein Gussteil ist. So, und hier waren natürlich meine kläglichen Anfänge von Dreck drauf machen und so weiter. Heutzutage sage ich mir, hätte ich ein bisschen anders machen können. Aber ich habe hier auch schon angefangen, Rostläufer mal zu machen und so weiter. Ja, also war mit einer der ersten Bausätze, die ich hatte. Unter anderem ist das auch mit eines der ersten Videos, was ich jetzt mache, wo ich dann sage, dass ich gerne Feedback-Videos machen möchte, wo ihr dann sehen könnt, was euch so bei diesem Bausatz, die ich schon mal vorgestellt habe, was euch dann erwartet, wenn die Bausätze fertig sind. Welche Stärken und welche Schwächen dieser Bausatz hat. Schwächen generell eben hier diese Plastikkette und hier sind alle Laufrollen fest mit dabei. Also die wurden hier nur angeklebt. Also ist hier auch nichts beweglich dargestellt oder sowas. Auch die Federung hier ist starr dargestellt. Die kann man nicht irgendwie einfedern, falls man das Ding mal auf ein Diorama setzen möchte. So, was mir hier aufgefallen ist, am allerschlimmsten ist, wenn wir dann unseren Turm nachher draufsetzen. Zeige ich euch das jetzt aber gleich mal, bevor ich das nachher vergesse. Der Turm sieht super aus. Na, also Königstiger-Turm fast schon und leider haben wir aber auch hier das Problem, wenn wir dann diesen Turm drehen wollen. Passt auf, passt auf, passt auf, passt auf, passt auf und boff. Schlecht. Gar nicht mal schlecht, ne? Also das darf nicht sein. Der stößt dann hier gegen und wir können den Turm eben nur mit anheben. Wenn überhaupt, dann darüber kriegen, weiter mache ich es nicht, weil sonst kratze ich hier die Farbe ab. Also, ja. Da haben die Ingenieure von Trumpetan nicht so wirklich weiter gedacht. Die haben dann halt eben einfach mal den Turm vom E75 mit dem E50 zusammengeschmissen und haben eben vergessen, dass hier diese Abdeckung hier hinten einfach zu viel ist, weil sonst kann der Turm nicht wunderbar frei durchdrehen. So. Nächstes ist hier vorne die Hutze, die hier ist. So. Hier haben wir am Turm schon so eine kleine Einbuchtung, damit er frei an der Hutze vorbeidrehen könnte. Ich sage bewusst könnte, aber puff. Da stößt er gegen. Und da, ja, da kann man noch was dagegen tun, indem man dann einfach dann hier so diesen einen Millimeter dann nochmal wegschleift. Das ist aber kein Problem. Wenn ihr den E75 baut, dann bitte macht es so, dass ihr hier hinten, meine hier dreht der wunderbar durch, ne? Wunderbar frei. Aber allerdings macht er auch hier schon, über die Stange kommt er dann auch schon sehr, sehr schwer rüber. Also mein Fehler damals war, ich habe einfach dann alles zusammengebaut und habe dann, ja, Kraft meiner Wassersuppe, weil ich es ja damals noch nicht besser wusste. Man lernte eben aus Fehlern, dass ich dann alles fertig zusammengebaut habe, fertig lackiert und später kam dann halt eben die Erkenntnis, dass da der Fehler drin gewesen ist. Na gut, okay. Also ab sofort bei jedem Bausatz, den ich heutzutage baue, mache ich immer eine Trockenanpassung, ob der Turm frei dreht oder sowas. Wie zum Beispiel bei einem neueren Leopard von der Firma Menk musste man hier auch schon ein bisschen was da drunter bauen. Im Turmdrehkranz hier unten habe ich dann schon Plastikstücken dazwischen gesetzt, damit der Turm frei über die Wanne drehen kann. Das ist also auch bei neueren, modernen Panzern als Modell immer das Problem, dass dann durch das etwas weitere Heck, dass er dann teilweise hier auf den Lüftern schleifen kann. So. Ansonsten ging der Bausatz super zu bauen und den kann ich auch sogar Anfängern empfehlen. Also er ist nicht gerade schwer und wenn man halt eben sich in die Materie ein bisschen einliest, kann man dann eben auch die Fehler, die ich zum Beispiel gemacht habe, vermeiden, indem man dann zum Beispiel halt eben hier diese Auswurfmarken, die hier an der Kette noch mit dran sind, wegmacht. Und dafür sind halt auch diese Videos da, diese Feedback-Videos, damit ihr dann zum Beispiel wisst, worauf muss ich achten. Gut, ansonsten bis auf die Kette, die ein bisschen tricky ist für jeden Anfänger, was aber auch möglich ist. Deswegen setze ich ja auch mein Video unten rein, wie ich dann auf eine sehr ruhige Art und auf eine sehr einfache Art Einzelkettenglieder verbaue. Das schafft auch dann jeder Anfänger, wenn er dann sich das dann traut, das ist alles kein Problem. Da setzt man einfach nur die Kettenglieder alle nacheinander und dann kann man sie wunderbar verkleben. Also da braucht man auch keine Angst vor zu haben. Das meiste, was bei einer Plastik-Einzelgliederkette immer das Problem ist, ist immer das Raustrennen und das Versäubern. Das ist halt eben immer blöd. Ansonsten ist das ein schöner Bausatz. So hätte der E75 ausgesehen. Es gibt auch hier keine Decals mit dabei, weil das eben einfach nur ein reines Fiktionsmodell ist. Und man kann sich auch bei der Tarnung komplett auslassen. Man kann eine eckige Tarnung machen, man kann eine Barracuda-Tarnung, man kann eine Oktopus-Tarnung reinmachen, wie man das Ganze möchte. Gut. Ansonsten war das halt mal ein schnelles Video. Das war halt ein Vorstellungsvideo und auch schon gleich ein Feedback-Video. Und die Bezugsquellen sind bei Amazon zum Beispiel, bei Ebay und bei allen anderen Modellbaushops, die es ja so gibt, kosten Preis ungefähr 25 bis 30 Euro. Gut. Also das Modell kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr dann die E-Serie bauen wollt, dann habt ihr sie auch vollständig. Dann mit diesem schönen E75, der auch dann am Ende, wenn wir ihn jetzt mal hier so anhalten, ja, dann schon mal eine stolze Länge von 35 cm hat. Gut. Gut, aber nur wegen dieser mega langen Kanone. Okay, dann war es das auch wieder. Wenn ihr noch keinen Daumen gemacht habt, lasst einen Daumen da und auch ein Abo, wenn es geht. Würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich euch dann die zwei Varianten vom E100 vorstelle. Weil das sind dann nämlich die letzten beiden Panzer der E-Serie. Also der letzte Panzer der E-Serie, aber den gab es dann geplant in zwei verschiedenen Ausführungen. Gut, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.